So Herr Lechner, jetzt würde mich interessieren, warum Sie die Photovoltaik mit uns mit der Dino Energie gemacht haben. Die Grundüberlegung war einmal, dass wir die Sonne nutzen, weil wir von der Lage her nicht so schlecht sind. Dann war die Beratung von der Dino Energie und die Überzeugung von dem Produkt eigentlich für uns das Wesentliche, warum es wir gemacht haben. Und mit der Montage und so hat es zufrieden gewesen? Es war die Lieferung top, so wie es vereinbart war. Es waren die Monteure sehr zuvorkommend, sehr sauber, sie haben einen Mist mitgenommen wieder. Es war wirklich ruckzuck montiert und wirklich genau erklärt und super ausgeführt worden. Super, heute haben wir gehabt. Jetzt haben wir anfangs April, was hat es gehabt? Gestern hat es glaube ich einen guten Wert gehabt. Ich muss noch einmal nachschauen, das ist ja auch der riesengroße Vorteil von der Geschichte, wenn man da natürlich bei WhatsApp die ganzen Sachen bekommt von Fronius. Wir haben gestern haben wir gehabt 36 und jetzt produzieren wir gerade 8704 Watt von April. Super, oder? Perfekt, also wirklich traumhaft. Da sage ich herzlichen Dank Herr Lechner, jetzt Echner. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.